Hey Freundin, was geht hier um Start eurer Ikoraid TV? Wir spielen heute, wenn ihr gleich sehen, ich begleite alle YouTuber von Clubbasis. Das lädt hoffentlich nicht so lang. Und wo ich auf dem Laptop gespielt habe, musste ich die Aufnahme löschen, weil es stärker gelägt hat allt mit Blei. So, das sind wir jetzt gleich im Spiel drin. Gerade eben lädt es noch. Es gibt ein kurzes Läden. Ich meine es laden. So Leute, dann hat es jetzt fertig geladen. Und Mario oder Roblox Felix. Auf jeden Fall, wir haben eine klare Entscheidung. Auf jeden Fall. Mario. Mario ist ein viel coolere YouTuber, finde ich. Bapo oder IsiTisi. IsiTisi mag ich aber halt nicht so. Denk mal einen kleinen Warnschuss, aber Bapo mag ich richtig krass. Ente oder... Den hier kenne ich nicht. Deswegen weg und ente. Der macht keinen Roblox mehr. Deswegen... Den kenne ich auch nicht. Den buch Roblox, den kenne ich nicht. Deswegen weg. Ein Crymax auf jeden Fall da. Entweder die hier oder... Auf jeden Fall. Die hier muss weg. Kyra kriegt auf jeden Fall ein Like. Uh, jetzt wird schwer. Eresul oder Pharaos. Weil Pharaos sich noch nicht gezeigt hat, nehme ich lieber Eresul und Pharaos. Habe ich trotzdem geliked. Ich mag ihn trotzdem halt. Aber, ja. Ich bin Brox oder... Zock mit mir. Auf jeden Fall. Zock mit mir kriegt man einen kleinen Warnschuss. Ich gucke die halt nicht. Und Brox ist... Geil. Entweder Santex oder... Okay, machen... Ich mag eigentlich beide. Deswegen kriegen sie beide Like. Lyft oder... Dania. Ich mag eigentlich beide. Dania hat sich gezeigt. Und Lyft. Eiferstein. Der hat mit YouTube aufgehört. Deswegen weg. Hausler 44. Ja. Der macht auch nicht mehr Roblox. Deswegen... Ich mache ihn trotzdem mal ein Like, weil ich mag ihn zuerst. Oder... Oder... Ich mag eigentlich beide. Weil er hier hat das ganze Spiel erstellt. Roblox Conny. Deswegen... Vitamine oder... Keine Ahnung, wer das ist. Auf jeden Fall, der kommt weg, weil ich den nicht kenne. Und Vitamine ist einfach mal geil. Seapet oder... Kann. Ich finde eigentlich beide ganz gut. Deswegen nehme ich beide ein Like. Ich finde Kaspro und... Afeifas. Die kriegen... Auf jeden Fall... Den hier kenne ich nicht. Deswegen kommt der weg. Ronja gegen... Ronja gegen Sam. Auf jeden Fall, ich mag beide. Der Ronja ist halt auch ja... Aus Melina auf jeden Fall. Die gegen... Die mag ich beide. Und ja... Dann... Das... Kenn ich nicht. Und... Ja, den mag ich ja eigentlich. Emily... Oder... Dr. Bang. Auf jeden Fall, beide kriegen ein Like. Ne, aber... Emily unterstrich... Okay. Lamy unterstrich Roblox. Also... Lamy... Auf jeden Fall ein Like. Hier... Wer auch immer das ist, kenne ich nicht. Deswegen... Back. Dann hier... Danny Mac. Auf jeden Fall Like. Ja, dann kenne ich das richtig geil. Pauline... Auf jeden Fall auch... Ähm... Finde ich auch cool. Und sie hier... Ich guck die... Ich hab die mal... Ich hab die... Ich guck die manchmal, aber ich guck's halt nicht so oft. Deswegen... Einen kleinen Warnschuss. Esju... Auf jeden Fall. Sadie... Auf jeden Fall. Den kenne ich nicht. Deswegen... Weg. Lars mag Affen. Natürlich Like. Die... Mag ich natürlich. Hier... Den hier mag ich. Den... Den hier... Kenn ich nicht mal. Deswegen... Weg. Arian Decant. Geil. Das ist nämlich der... Bruder oder keine Ahnung... Von ähm... Wie ist da hin? Ich weiß nicht mehr wie die hieß. Aber auf jeden Fall... Hier... Gaming Nerd. Like auf jeden Fall. Dann hier... Die kenne ich beide nicht. Deswegen... Weg. Und... Weg. Dann hier... Roblox Lara. Hier... Like. So... Dann... Denome... Auf jeden Fall... Like. Spaß. Kommt nicht weg. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Und... Wie kenne ich das? Deswegen... Weg. Wie er zockt. Wie er zockt. Zockt. Like. Weg. Zockt. Ja... Er kommt weg. Auf jeden Fall... Der wird nicht... Lol... Und hier... Ihn... Kenne ich nicht. Deswegen... Weg. Also... Auf jeden Fall... Gibt es hier noch andere Secrets. Auf jeden Fall... Der kommt weg. Also... Die kann man noch nicht abkacken. Aber... Auf jeden Fall... Dann müsste es auf jeden Fall noch... Irgend... Es gibt auf jeden Fall noch mehrere... Aber ich weiß nicht... Es würde... Wir gehen auch bald noch in ein anderes... Wir erstellen noch... Ich werde auch... Persönlich bald mal... Selber Soins erstellen. Hier... Der ist cool. Deswegen... Like... Ne... Spaß. Den kenne ich nicht. Deswegen weg. Aber ich mach trotzdem mal... Like... Weil ich halt nicht so gemein bin. Hier... Dann... Emma... Natürlich... Like... So... Dann... Hier... Ich bin ein riesiger Fan von ihr. So... Dann geht es weiter... Ich bin ein riesiger wie ein riesiger Fan von ihr. Ich bin ein riesiger Fan von ihr... Eben... Ich bin ein riesiger Fan von ihr. Ja, der kann ich mir das hinweg. Auf jeden Fall, der ist gerade Platz 1. Platz 1 ist gerade eben aerosolien. Und man sieht Bensen und Hüllen, Abbau und Hüllen. Und man sieht, den sollte auch Platz 1 sein. Wir suchen auf jeden Fall noch mehrere YouTuber. Vielleicht finden wir welche. Nein! Guess, 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 nimmst du Pummen her. Will du Pummen auf jeden Fall Like. Wir suchen jetzt noch ein paar mehrere YouTuber. Wenn wir ein bisschen länger dauern. Auf jeden Fall wird das Video hier nicht so lang, wie das Video, was ich vorhin gemacht habe. Dieses eine Universal Blablabla Memes Compilation. Ich kann Schnee hüpfen. Ich kann Schnee hüpfen, lol. Ich glaube, hier? Ne, Neu-Fan-N-Seh. Ne, Neu-Fan-N-Seh. Im Haus von Spy. ja dann das war schon ja das wird dann will ich mir sagen dass das war es mit ihm ja ich hoffe euch hat es gefallen, wenn ihr ein Like abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn ihr keine weiteren coolen Videos mehr verpassen wollt und to see Kosti